ja halli hallo herzlich willkommen liebe crazy dudes zu dieser zweiten runde piratenbesiegen 2 die jetzt hier vor uns liegt das letzte mal waren wir gekommen bis zum level 7 glaube ich ja ungefähr und ja es sieht wie man hier sehen kann liegt vor uns der helikopterangriff und ich würde sagen schön dass ihr wieder dabei seid und dann stürzen wir uns gleich mal in das gefecht ja 1 2 3 4 5 ziele wie soll ich das denn schaffen liebe freuen und eine möwe also bei möwen hatte ich ja das letzte mal gesagt da hört es für mich auf und ohne entscheidung hier und weil wir einfach so viele ziele haben kämpft sich erstmal weil wir einfach so viele ziele haben würde ich sagen fangen wir einfach mal mit der rakete an no risk no fun und die gibt natürlich viel zu weit no risk no fun sage ich und dann passiert sowas ja und er trifft natürlich gleich zwei von uns genial aber da tauschen wir erstmal wieder die positions hier die positions tauschen wieder die rakete die fliegt natürlich schneller und aber zwei liebe freunde zwei auf einen streich wenn es das nicht wert war dann weiß ich auch nicht und er trifft uns wieder er trifft uns wieder er trifft wieder er trifft oh gott oh gott er trifft uns wir müssen die rakete nehmen was ist das hier das kenne ich auch noch nicht ach das sind drei ach so liebe freunde ach so das muss ich ja nur wissen und wir sind aber das nix mehr verloren habe ich gesehen 400 super hauen wir wieder raketen drauf fertig ist die laube weiter geht's helikopterangriff 2 kennen wir alle schon hier ja blablabla langweilig ist das ist langweilig ist shit so sie haben ein helikopter ja oh nein machen wir wieder diese drei balls jetzt all about the balls nämlich ja dieser eine hat schon mal 37 verloren war nicht so erfolgreich hätte besser sein können aber hit me baby one more time minus 9 lächerlich zwei leute gekillt im hubschrauber auch ne der ist nicht ganz tot leute das war jetzt mal der beste shot hier überhaupt wenn er das nicht war dann weiß ich auch nicht so jetzt haben wir nur noch hier den baby fritze und der weiß gut mit den raketen umzugehen ne ich sag's auch noch minus 46 ist er tot ist er tot ne ist nicht ganz tot das gibt's doch nicht und es wird weiter auf uns geschossen was halten wir davon nein wir sind tot nein wir sind tot glibbel auch gott sei denn liebe freunde das hier hatten wir auch noch nie nicht vorne die granate oder was das hier ist er explodiert sie jetzt ja hervorragend hat das was nee er ist nicht ganz tot und wir haben noch immer noch vier leute liebe freunde das schaffen wir doch nie wollte ich sagen und in dem moment schaffen wir es auch tatsächlich nicht verloren 200 malen wir einmal also vier minuten dieses videos verstrichen fast und wir haben euch einmal diesen level geschafft also ja boot hubschrauber steg kennen wir haben alles gesehen wir hätten nachkaufen sollen egal no risk no fun das macht uns die sache natürlich nicht super der kommt gar nicht wieder das macht uns die sache natürlich nicht einfacher verständlicherweise aber gut wir lassen uns hier so leicht nicht unterkriegen und nehmen jetzt einfach mal die rakete haben zwar noch kein einziges mal getroffen aber jetzt wieder zweimal abgeräumt liebe freunde und das ist doch auch schon was also weiter geht's hier ihr könnt das spiel auch mal spielen schreibt mir in die kommentare piraten besiegen zwei oder der englische titel heißt keine ahnung auf jeden fall wenn ich nicht vergesst schicke ich euch den link auch noch ihm die video beschreibung und dann könnt ihr jetzt auch mal spielen und dann schreibt mir doch einfach mal wie weit ihr gekommen seid ich bin jetzt hier bei level 7 oder was ihr seht es ja immer und ob ihr das hier schafft oder wie viele versuche ihr fließen für diesen hubschrauber angriff braucht täte mich mal interessieren tun 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 das tut mich interessieren tun so sagen wir den schon mal ja und der ist aus dem bild der hat aber zu viel verloren wie soll ich das denn hier auch machen jetzt ist es tot ja jetzt ist es tot liebe freunde ja da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein wir probieren einfach gleich nochmal ich weiß nicht irgendwann ist hier auch mit dem dummen sabbeln schluss wenn man es einfach nicht schafft dann schafft man es einfach nicht und das ist einfach schade und das finde ich selber auch sehr traurig sie haben eine helikopter ja das auch ich habe schon wieder keine sachen gekauft bin ich denn behindert liebe freundin der trifft ja toll den hai klasse das wollte ich auch unbedingt so granate jetzt man die versenke ich einfach so im wasser schade 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 teddy ist weg nein irgendwas stimmt mit teddy nicht die haben aber auch ein klick diese schlacker da mann oh mann oh mann jetzt haben wir gar nichts mehr hier oben viel zu lang wieder viel jetzt mache ich das denn wir hatten das doch schon so oft so lang das ist doch nicht gut hier das ist doch nicht gut so was haben wir nur noch hier der war gut der war gut headshot boom boom headshot minus 60 ist auch die treffen zu oft auch als dass ich die alle vier da gleich ja ich sag's auch immer noch ja liebe freunde ich weiß nicht was ich sagen soll erstmal rüste ich jetzt hier voll auf und dann kaufen wir uns einfach mal das andere boot beim erstmal wieder geld haben ja liebe freunde das verflixte siebte level ja die sequenz haben auch schon gesehen kann man das irgendwie skippen nee kann man nicht wunderbar beste voraussetzung sie haben ein helikopter so zu kurz also höher gleich so ungefähr näher so ein bisschen weiter so hoch aber ein bisschen weiter wir gehen jetzt mit taktik hier vor wir sind keine kleinen blöden so ungefähr der ist wieder viel zu weit oder ja der kommt doch nicht mal also wie ein stück zurück aber die richtung beibehalten und der trifft uns das erste mal ne trifft er nicht also ungefähr so ja und und sehr schön sehr sehr schön möchte ich sagen 42 immerhin liebe freunde besser als nichts und das merken wir uns diese position der maus wir verändern das jetzt nicht ist zwar ein bisschen assig aber ach ne wir haben auch immer die anzeige genau wir brauchen gar nicht hier zu cheaten trifft er trifft er trifft er trifft er nee ist ja lol jetzt ändert sich da noch was denkst du du hast so eine sicherheit und dann pustelkuh holen weiter geht's im showgeschäft also ein bisschen steil da wird ein bisschen toller und wer sagt denn wenn der jetzt nicht weg ist ist er weg 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 wie du sagten achtzig 50 90 90 sind wir also 10 prozent müssen wir noch 42 48 so und wir müssen hier noch nicht mehr so viel und der andere hat noch viel zu hoch das ist doch schade ist das doch was meint ihr ich finde es schade ja und jetzt ist das baby auch noch weg es ist nicht wahr jetzt haben wir schon wieder neun minuten hier das kann man ja nicht hochladen liebe freunde das ist das ist doch da schäme ich mich doch wenn ich das hier hochladen muss aber es nützt nichts liebe freunde ich sag einfach wir wenden das hier es ist wirklich der verflixte siebte level und ja liebe freunde ist scheiße aber tja wir haben es nicht geschafft ein level hier eine folge geopfert und nichts produktives zustande bekommen ich bedanke mich trotzdem für zuschauen wenn es euch vielleicht trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen hat liebe freunde dann lasst es mich mit einem daumen nach hoch wissen und da oben nach hoch nach hoch und ja lasst ein abo da einen kommentar schreibt mir in die kommentare was ich als nächstes spielen soll was ihr gerne mal von the crazy dudes sehen würdet ihr wisst wir sind uns für nichts zu schade wir spielen jede browser alle browser games die es hier gibt und ja lasst mich wissen wie weit ihr gekommen seid ob ihr das geschafft habt und dann verratet mir vielleicht mal ein paar taktiken für dieses spiel vielleicht kommen wir ja gemeinsam irgendwie weiter und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten mal haut rein macht's gut aber es macht besser in diesem sinne tschüss tschau